Wer schon immer mal einen Einblick in den American Football bekommen wollte, hat an diesem Wochenende die Chance dazu. Das Mönchengladbach Wolfpack lädt dazu ein, den coolsten Teamsport der Welt auszuprobieren. Dann heißt es, Sportsachen einpacken, zuschauen und mitmachen. Wer mittrainiert, bekommt sogar eine Überraschung. Es wird unter allen Teilnehmern ein Wolfpack-Fanpaket verlost. Passend zum American Football können sich alle Teilnehmer auf eine Cheerleader-Show und amerikanisches Essen freuen. Weitere Infos gibt es auf www.mg-wolfpack.de